Sogar meine Oma hat ein Smartphone. Genau. Und wir werden eigentlich jetzt was cooles machen. Wir würden gerne, dass jeder die Hand in die Luft macht. Alle Hände. Wir machen ein Selfie, ein Foto mit euch. Und das posten wir dann auf unserer Facebook-Seite. Und auf Instagram, auf Facebook. Bist du YouTuberin? Ja, ich versuch's. Deine Kamera steht jetzt auf YouTube. Also, ihr findet euch auf jeden Fall auf dem Foto auf Facebook. Und so, geht nach Facebook, like uns und dann fällt mir alles, was wir machen, so unterwegs. So, bitte, like uns. Wir machen jetzt ein Foto für Facebook. Also, alle Hände hoch. Ja, genau so. Alle Hände hoch, du sehst noch nicht. Hände hoch! Weiter oben! Wir haben was Schönes. Super, danke schön. Danke schön, danke schön. Und jetzt für euch schon unser letztes Song von heute.